Läuft, ja? Okay. Wir drehen! So Freunde, euer Simon hier. Es ist Mittwoch. Wir haben das Thema Ernährung. Wir stehen in der kleinen Body-EP-Küche. Und es gibt kein Rezept, sondern der Vollständigkeit halber gibt es heute meine Top 3 Eiweiß-Lieferanten. Die Lebensmittel, die ich euch empfehlen würde, um euer Eiweißbedarf zu decken. Und keine Reihenfolge, sondern wirklich die 3 Lebensmittel, die ich auch wirklich benutze und auch immer benutzt habe, mit denen ich die praktischsten Erfahrungen gemacht habe. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, bevor ich darauf hinauskomme. Ich glaube, das wird auch ein Thema sein, wo wieder sehr, sehr viel diskutiert wird. Es gibt diese Lager, die Veganer und die Fleischesser. Ich würde euch wirklich jetzt sehr, 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 sehr gerne, und das meine ich wirklich aus vollem Herzen, ich würde euch jetzt sehr, sehr gerne die Top 3 Proteinquellen nennen. Und da würde ich sehr gerne sagen, ja, und es gibt vegane oder pflanzliche Proteinquellen, die vollwertig sind, die praktisch ein volles Aminosäurenprofil haben. Das heißt, alle Aminosäuren decken. Das solltet ihr jetzt auch langsam wissen, dass es nicht, Protein ist nicht gleich Protein. Das heißt, wenn ihr versucht, euren Proteingehalt mit Gummibärchen zu decken, da haben wir auch Protein drin, aber eben Gelatine zum Beispiel, es ist kein vollwertiges Eiweiß. Das heißt, es fehlen essentielle Aminosäuren, damit werdet ihr zum Beispiel niemals Muskulatur aufbauen. Das so zu dem Thema, if it fits your macros. In diesem Falle ist es nicht egal, welche Eiweißquellen ihr nutzt oder nicht. Aber, das heißt nicht, dass vegane Eiweißquellen schlecht sind. Überhaupt nicht. Es gibt entweder ihr kombiniert vegane Eiweißquellen wie Linsen, Bohnen, Reis zum Beispiel, die ergänzen sich dann, dann habt ihr ein super Aminosäurenprofil. Oder, wenn ich jetzt Top 3 nennen würde, es gibt auch komplette Proteine, sage ich jetzt einfach mal, zum Beispiel Quinoa. Super, super Aminosäurenprofil. Tolles, hochwertiges Eiweiß, alle Aminosäuren abgedeckt. Oder Amarant zum Beispiel, auch alle Aminosäuren abgedeckt. Ganz, ganz, ganz tolles Eiweiß in Amarant. Oder auch Soja, haben wir auch alle essentiellen Aminosäuren. Und wenn ihr mich kennt, wisst ihr jetzt eigentlich auch, worauf ich hinaus will. Und wie gesagt, ich würde euch gerne sagen, nehmt das, weil ich bin absolut gegen Massentierhaltung. Ihr wisst es auch. Ich finde, wir sollten weniger Fleisch konsumieren. Aber jeder, der mich kennt, weiß, dass ich zum einen mit Soja erstens sehr, sehr vorsichtig bin, wegen der Phytoöstrogene. Die Wissenschaftslage oder die Wissenschaft, die Studienlage, ist sich da nicht hundertprozentig einig. Aber ich würde die Gefahr einfach nicht laufen oder nicht auf mich nehmen, praktisch da negativere Effekte zu haben als Mann. Das ist so ein Punkt. Aber der wichtigste oder der wichtigere Punkt ist bei Soja, aber auch bei den anderen Produkten ist, es ist einfach nicht wirklich praktikabel für jedermann. Als ich Student war, als ich Schüler war und die meisten sind von euch arbeitstätig, Schüler, Studenten. Und das habe ich auch in den anderen Ernährungsvideos schon erzählt. Wir gehen in Discounter, wir gehen in Discounter, wir gehen zu Aldi, wir gehen zu Lidl. Da gibt es diese Sachen nicht. Da gibt es nicht irgendwie irgendwelche Tofu-Geschichten, irgendwelche ersten sehr, sehr teuren Sachen und zweiten sehr seltenen Sachen. Es ist einfach super schwierig, auch wirklich Tofu wirklich lecker hinzukriegen, ist auch schwierig. Lasst uns da bitte nicht drüber streiten. Soja schmeckt nicht lecker, Punkt. Es schmeckt einfach nicht gut. Zweites Problem ist Amaranth. Meine Güte, wie viel Amaranth müsst ihr essen, um euren Eiweißbedarf zu decken? Das ist auch ein Riesenproblem. Bei Quinoa das Gleiche. Das heißt, das Problem bei pflanzlichen Eiweißquellen ist, das ist zwar schönes Eiweiß und das ist auch gutes Eiweiß und damit könnt ihr genau die gleichen Erfolge erzielen, aber deckt mal euren Eiweißbedarf mit Amaranth. Dann habt ihr eure Kohlenhydrate auch schon voll. Oder deckt mal euren Eiweißbedarf mit Nüssen. Das sagen nämlich auch viele Nüsse oder Hülsenfrüchte. Dann, klar, dann habt ihr, wenn ihr euer Eiweiß gedeckt habt, habt ihr aber schon so viele Kohlenhydrate gegessen oder Fette habt ihr völlig, seid ihr völlig drüber. Und dann bleibt zum Beispiel kein Platz mehr für wichtige Omegreifettsäuren. Dann bleibt kein Platz mehr für wichtiges Gemüse, für wichtige Mikronährstoffe und so weiter. Es ist einfach sehr, sehr, sehr schwer umzusetzen. Deswegen kommentiert unbedingt runter, wenn ihr das anders seht. Ich würde es euch gerne anders sagen, aber ich komme gleich zu meinen Top 3. Vorher noch ganz, ganz kurz das Thema, wie viel Eiweiß brauche ich denn überhaupt? Ich weiß, auch da wird gestritten. Ich weiß, auch da sagen die Veganer zum Teil, ach, da reichen 1,2 bis 1,4 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Und das ist eigentlich, wenn es wirklich darum geht, gesund zu sein und kein Sportler zu sein, der Muskeln aufbauen will oder Muskeln erhalten will in einer Diät, dann mag das richtig sein. Aber, und da ist die Studienlage einig, da sind sich wirklich auch alle Bodybuilder und alle Sportler einig, dass ihr mit einem Eiweißkonsum von, ich sag mal, 2,2 bis 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht einfach bessere Erfolge erzielen werdet. Ihr werdet bessere Erfolge erzielen, wenn ihr etwas mehr Eiweiß konsumiert. Es gibt keine Nachteile. Auch diese ganze schädigt die Nieren. Nein, wenn ihr kaputte Nieren habt, dann muss natürlich die Niere mehr arbeiten. Aber ansonsten, es ist nicht schädlich. Es hat so viele Vorteile. Ich weiß, für einige von euch ist das ein alter Hut, aber ich will trotzdem nochmal die Diskussion anregen, weil einfach sehr, sehr viele neu dazuschalten. Ein hoher Eiweißkonsum hat einfach sehr, sehr, sehr viele weitere Vorteile. Ihr könnt von Eiweiß einfach mehr essen, ganz einfach auch mehr Kalorien essen. Kalorien ist nicht gleich Kalorien. Der thermische Effekt vom Eiweiß ist einfach höher. Das heißt, netto, also das, was praktisch der Körper an Kalorien netto hat, ist bei Eiweiß einfach weniger. Ihr könnt von Eiweiß nicht so schnell zunehmen. Ihr seid länger, länger, länger satt. Eiweiß hat einfach viele zu dem Thema, Muskelaufbau, Muskelerhalt, hat einfach ganz, ganz viele, 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 viele Vorteile. Und deswegen komme ich jetzt direkt mal zu meinen Top 3, meine Top 3 Eiweißquellen. Und wie gesagt, gerne diskutieren, wenn ihr es anders seht. Meine praktikabelsten sind einfach, und das ist ein alter Hut, zum einen Milchprodukte, Milcheiweiß, Quark, Skier. Und da zähle ich auch Käse drunter, zum Beispiel Quäse, also praktisch Handkäse, Harzerroller. Wir haben einfach unglaublich viel Eiweiß auf einem Fleck. Wir haben, das Milcheiweiß hat einfach einen sehr, sehr, sehr großen Vorteil für die, die es vertragen. Wie gesagt, wenn ihr das nicht vertragt, wenn ihr Laktoseintoleranz habt oder ähnliches, solltet ihr ein bisschen vorsichtig sein. Aber wir haben einfach den Vorteil, dass es sehr lange sättigt. Es gibt die Aminosäuren nach und nach ab. Es ist einfach lecker. Keiner wird sagen, ethisch hin oder her, keiner wird sagen, dass so ein Whey oder so ein Käse oder so ein Quark oder irgendetwas, dass das nicht schmeckt. Es schmeckt einfach. Punkt. Es schmeckt einfach herrlich. Es ist super günstig. Guckt euch bitte mal an, wie viel Eiweiß ihr pro Euro bekommt bei so einem Magerquark. Ihr kriegt einfach wahnsinnig viel Eiweiß, um euren Bedarf zum Beispiel zu decken. Im Vergleich zum Beispiel zu, versucht das mal mit Amaranth oder mit Quinoa zu decken. Es ist auch eine Preissache bei den meisten. Und ich finde, bei Milchprodukten ist es ethisch noch, wenn ihr da ein bisschen schaut, ethisch meiner Meinung nach, das ist meine Meinung, vertretbar, da wirklich auf Milchprodukte zu setzen. Es muss kein Whey sein. Wie gesagt, ihr könnt auch, wie gesagt, einen Quark nehmen. Skier, ich liebe Skier mit ein bisschen Beeren, ein bisschen Obst, ein bisschen Käse, ein bisschen Harzerrolle schmeckt mir auch super. Insgesamt Käse, da solltet ihr aber dann wieder auf die Fette achten. Das ist so auf meinem Platz 3. Also wirklich Milcheiweiß, Milchprodukte. Auf meinem Platz 2 sind die Eier. Und auch da, ich habe da schon ein Thema drüber gemacht, ich habe zigmal darüber gesprochen, ethisch, Haltung, klammern wir jetzt aus. Es geht wirklich rein um Praktikabilität und um, 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 ja, wie gesund ist das Ganze. Und Eier sind einfach ein perfekter Proteinlieferant. Es ist einfach im Eigelb, wir haben nicht nur das Eiweiß, sondern besonders das Eigelb ist unglaublich perfekt zusammengesetzt an allen Aminosäuren. Wir haben aber auch ganz, ganz, ganz viele andere tolle Stoffe im Ei. Ich sage immer, das ist superfood schlechthin. Es ist überall verfügbar. Das ist für mich auch so ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wenn man irgendwo mal unterwegs ist, wenn man auf Reisen ist, wenn man im Urlaub ist. Eier gehen einfach immer. Eier gehen immer. Man kann immer irgendwo vom Bauern oder irgendwo ein Ei kaufen, sich das kochen, sich das irgendwie in Rührei schlagen oder irgendwas. Und ein Ei ist einfach gut, gesund, günstig und setzt da bitte auf Bio-Eier und dann nicht nur aus ethischer Sicht, sondern eben auch wegen der Nährstoffe. Das habe ich auch schon zigmal gesagt, aber ich kann es einfach nicht oft genug sagen. Und alle, die sagen irgendwie, das ist Cholesterin, Heber oder irgendwas, nein, aber das ist heute nicht das Thema. Es stimmt einfach nicht. Es ist gesund und ethische Geschichte mal. Das heißt nicht, ist nicht wichtig, sondern das ist heute nicht das Thema. Und auf Platz 1, und da werden wahrscheinlich die einen sagen, ja, klar, machen wir auch so. Die anderen werden sagen, nein, das geht gar nicht. Ist einfach mageres Fleisch. Punkt. Und das ist meine Erfahrung. Nicht meine Meinung, sondern meine Erfahrung. Ich decke wirklich einen Teil meines Eiweißes, und das habe ich früher besonders sehr, sehr stark gemacht, als ich eben weniger Geld hatte, als ich eben irgendwo schnell einkaufen musste mit magerem Fleisch. Mageres Fleisch, ich schaue heutzutage sehr auf die Haltung. Ich kaufe etwas weniger Fleisch, dafür etwas teureres. Beim Bauern, früher habe ich auch mal, und das ist auch ganz ehrlich, natürlich habe ich auch das Fleisch von Lidl gekauft oder von Aldi. Und das machen viele von euch auch. Wenn es meiner Meinung nach, wenn es etwas seltener der Fall ist, ist das auch nicht so schlimm. Ihr solltet aber wirklich diese Massentierhaltung nicht unterstützen. Und trotzdem ist Fleisch einfach eine super Eiweißquelle. Wir haben alle Aminosäuren, es ist sehr schnell zubereitet. Wir haben eben sehr konzentriert das ganze Eiweiß. Jeder Bodybuilder weiß, dass er seinen Eiweißbedarf, manche haben drei, vier Gramm pro Kilo im Körpergewicht, Brocken, die vielleicht 100 Kilo wiegen. Die können das eigentlich nur mit magerem Fleisch decken, weil sie sonst bei den anderen Makronährstoffen einfach völlig drüber schießen. Und Fisch ist dann wieder so teuer, dass es dann auch wieder schwierig wird. Deswegen, mageres Fleisch, besonders eben Hähnchen, Pute, ist auf meinem Platz 1 immer noch. Und deswegen auch dieses ehrliche Video. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr unten nicht beschimpft, wenn ihr das anders seht, sondern wirklich konstruktiv mal diskutiert, ob es vielleicht ähnlich verfügbare, gute, günstige, andere Quellen gibt. Ich glaube es nämlich nicht. Und ich würde sehr, sehr gerne, dass sich das, oder ich hätte sehr, sehr gerne, dass sich das ändert. Vielleicht nochmal ein ganz kleiner Kontext. Ich finde, das ist sehr, sehr ähnlich wie bei Elektroautos zum Beispiel. Jetzt schweife ich ein bisschen ab. Aber Elektroautos. Ich weiß, selbst als Autoliebhaber, wenn ich das, ich, ich jetzt egoistisch, wenn ich mich komplett, ich würde wirklich ein Elektroauto fahren, weil ich weiß, dass es einfach auf lange Sicht, die absoluten, ohne Frage, die bessere Alternative ist der Fortbewegung. Aber, das ist die Theorie, heutzutage kann ich mir noch keins holen, weil es zu teuer ist. Das heißt, die Autos sind nicht praktikabel, sie sind zu teuer. Die Herstellung von solchen Autos ist viel umweltschädlicher als von anderen Autos. Die Ressourcen, die dafür verwendet werden und, und, und. Ich kann weder irgendwo weit damit fahren, die Reichweite reicht nicht, die ist teuer ohne Ende und, und, und. Also das, ihr seht, von der Theorie, super. Ich bin dabei, genauso wie beim veganen Gedanken. Ich glaube, bei der Ernährung wird sich, wenn wir auf Insekten setzen, Ich bin absoluter Verfechter davon, von der Idee, wirklich aus Insekten Mehle zu machen und da diesen Ekel wegzubekommen, um daraus wirklich sein Eiweiß zu decken, weil ich glaube, das wird so die, die, die Lösung sein. Es dauert aber einfach noch ein bisschen. Bis jetzt die ganzen Tofu-Soja-Geschichten und eben auch Quinoa am Rand und Soja sowieso ist einfach noch keine praktikable Alternative zu meinen Top 3 und diskutiert fleißig. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich rufe trotzdem auf, weniger Fleisch zu essen, auch wenn es einfach als Eiweißlieferant bei mir auf dem ersten Platz ist. Ich war jetzt ein bisschen widersprüchlich, aber so ist es nun mal, meine Freunde. Abonniert den Channel, bleibt dabei, schaut auf Facebook, Instagram vorbei und die besten Supplements, eben da auch auf vegane Quellen kann man da selbstverständlich auch setzen. Gibt's bei Body-IP-Nutrition. Bis dahin, euer Simon.